Hallo zusammen, in der Silvesternacht gab es Ausschreitungen. Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr wurden bei der Arbeit in der Silvesternacht angegriffen mit Böllern und Raketen, hauptsächlich aus dem Migrantenmilieu in Neukölln, wie es heißt. Wir schauen uns dazu einen Bericht des WDR an und schauen, ist das einfach nur Ausländerhass, ist das wieder Hass schüren gegen Migranten, gegen Muslime oder haben wir es mit einem realen gesellschaftlichen Problem zu tun. Los geht's. Bilder aus einem Fahrzeug der Berliner Feuerwehr aus der Silvesternacht. Von vorn werden die Einsatzkräfte mit Pyrotechnik beschossen. Die Besatzung alarmiert per Funk. Die Polizei versucht es zunächst mit... Also das ist Wahnsinn, ne? Die Raketen fliegen hier wirklich horizontal, eindeutig mit Absicht auf Rettungskräfte geschossen. Wer macht sowas? Ich war selber neun Monate Zivildienst bei der Feuerwehr und eingesetzt im Rettungsdienst. Man kommt hin, okay, es gibt vielleicht mal einen grantigen Verwandten, der sehr unsicher ist und deswegen unhöflich ist oder rummault, muss man mit rechnen, kommt man klar. Aber man wird beschossen bei der Arbeit, Leute zu retten, mit Raketen. Wo gibt's das? Wer macht das? Wieso? Mit einer Ansprache. So, meine Herren, jetzt hören wir mal auf zu schießen. Ja klar, jetzt hören die bestimmt auf. Haben wir uns jetzt verstanden? Das ist so eine deutsche Ansprache, so eine richtige Allmann-Ansprache. Haben wir uns jetzt verstanden, meine Herren? Wir hören jetzt, ja. Das Fell ist vergeblich, es bleibt nur der Rückzug. So, wir fahren rückwärts. Feuerwehrmann Boris Choban und seine Kollegen waren mittendrin. Er habe zum ersten Mal in seinem Job richtig Angst gehabt. Die Steine und Flaschen flogen in Unmengen auf uns und Knaller, Böller. Es sind Jugendliche wirklich aus der Menge rausgerannt in unsere Richtung, um auf Augenhöhe, um auf wirklich Gesichtshöhe auf uns zu schießen. Ja, zwar nur mit Schreckschusswaffen, doch so aus der Nähe hätte es die Retter ohne Schutzkleidung wohl verletzt. Der Vater von drei Kindern. Schreckschusswaffen hatten die auch noch. Eisenstangen wurden eingesetzt und eben jede Menge Feuerwerk. Dann wundert sich über den Hass, der ihm entgegenschlägt. Das waren junge Heranwachsende, größtenteils mit Migrationshintergrund. Und das sage ich selber, obwohl ich einen Migrationshintergrund habe. Mein ganzes Leben lang kämpfe ich schon gegen irgendwelche Vorurteile an. Aber was soll ich denn da noch sagen? Okay, das ist wirklich bitter. Also dem Namen nach hier ein türkischer Feuerwehrmann mit türkischer Herkunft. Bei der Feuerwache Berlin-Neukölln wird angegriffen von Dutzenden Migrantenjungs von allen Seiten mit Schreckschusspistolen, mit Eisenstangen, Metallstangen, mit allen möglichen. Warum? Ich weiß es nicht, wo es herkommt. Bei der Diskussion um Konsequenzen aus der Silvesternacht geht es längst nicht nur um ein Böllerverbot. Was die Täter, fast ausschließlich junge Männer, antreibt, darüber wird ebenfalls diskutiert. Okay, und jetzt debattieren sie darüber, was die verschiedenen Gründe sind. Also, nochmal ein Wort an die muslimischen Zuschauer. Ja, dieses Thema wird ausgenutzt werden gegen Muslime und Islam allgemein von einem islamhassenden Milieu, was es nun mal gibt und das sich sehr freut über solche Ereignisse. Das darf uns trotzdem nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir es hier mit einer gesellschaftlichen Realität, vor allem in Großstädten, zu tun haben. Ja, es gibt eine Schicht von Migranten, Jungs oder Heranwachsenden oder jungen Erwachsenen, immer Männer, so gut wie nie werden bei solchen Straßenschlachten irgendwo Mädchen oder junge Frauen dabei sein, die ein massives Problem für die öffentliche Sicherheit sind. Das merkt man immer wieder und das merkt man jetzt eben auch zu Silvester. Ja, welcher junge Mann geht im Mob auf eine Rettungskraft, ja, auf einen Rettungswagen hin, schlägt da mit Eisenstangen drauf, schießt dort mit Schreckschusspistolen oder mit Raketen drauf, auf die Feuerwehr, die gerade im Einsatz ist, um Menschenleben zu retten. Wer macht denn das? Das muss jemand machen, der hochgradig gewalttätig sozialisiert ist, psychisch große Probleme hat und sehr gefrustet ist, total gelangweilt ist, keinerlei Ziele im Leben hat, keinerlei Sinn in seinem Leben sieht und deswegen so eine Ansprache, meine Herren, jetzt hören wir aber mal auf, hier mit den Böllern zu schießen, das ist aber gar nicht lieb. Das wird die wohl kaum aufhalten. So, schauen wir uns mal an, was die Berliner Polizei dann veröffentlicht hat. Es seien insgesamt 18 verschiedene Nationalitäten erfasst worden, 45 der Verdächtigen hätten die deutsche Staatsangehörigkeit. Jetzt würde ich mich übrigens nochmal fragen, hatten sie die von Geburt, die deutsche Staatsangehörigkeit oder sind das eingebürgert? Ich wette von euch, die meisten hat eingebürgert. Wie viele von ihnen eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, prüft die Polizei derzeit. Wir versuchen das aufgrund vieler Anfragen nachzuliefern. Der Rest verteilt sich auf 17 verschiedene Nationalitäten, bestimmt nicht alles Muslime auch. Demnach sind unter den Festgenommenen aber vor allem 27 Afghanen und 21 Syrer bei 13, weiß man es noch nicht. Also einen großen Anteil von den Festgenommenen stellen auch noch Afghanen und Syrer, also die beiden größten Flüchtlingsgruppen, abgesehen von den Ukrainern da. Aber bei den Ukrainern sind es ja vor allem auch viele Frauen, die werden da jetzt wohl auch nicht beteiligt gewesen sein. Okay, wir haben es hier ganz definitiv, vor allem in Großstädten, mit einem großen Problem zu tun. Ich hatte es in dem letzten Video schon gesagt, Deutschland braucht de facto, bei dem aktuellen System braucht Deutschland Einwanderung, aber nicht diese Einwanderung. Was kann man denn machen? Was kann man jetzt wirklich machen? Man kann die Leute festnehmen, dann kann man sie wieder alle freilassen, so wie man es gemacht hat und weiter Ermittlungen durchführen. Man kann ihnen irgendwelche kleinen Geldstrafen geben, irgendeine kleine Jugendstrafe, soll er irgendwo putzen gehen oder was. Soll man ihn ins Gefängnis schieben? Bringt auch nichts in den Gefängnis zu bringen, weil man ist zwar dann gesichert, aber irgendwann kommt er wieder raus. Und wenn er wieder rauskommt, dann ist er noch viel schlimmer drauf als vorher. Ja, Gefängnis ist die perfekte Methode, um Leute zu schwer kriminell zu machen. Meiner Meinung nach gibt es zwei Ansätze, die man haben müsste und ich weiß nicht, warum das nicht schon längst getan wird. Der eine ist, man muss ja aus dieser Langeweile, aus dieser Frust, aus dieser Sinnlosigkeit muss man die Leute rausholen. Indem man ihnen Angebote macht. Gute, konkrete Integrationsangebote, gute Sprachangebote. Die meisten Sprachangebote, die es in Deutschland gibt, sind wirklich sehr schlecht. Gute Ausbildungsprogramme muss man ihnen anbieten. Und mit anbieten meine ich jetzt ein aggressives Anbieten. Man sagt ihnen, hier, du kannst hier Sprachkurs machen, mit Erfolg musst du ihn bestehen. Du kannst Ausbildung machen zum Handwerker, du kannst Ausbildung machen im Bereich von Bau oder in vielen anderen Bereichen. Ausbildungsplätze gibt es ja genug, die man braucht, nachdem du deine Sprachkenntnisse erworben hast und deinen Willen gezeigt hast. Ach so, und wenn du das alles überhaupt nicht machen willst oder alles sofort abbrichst, ja, dann geht dein Flugzeug ab nach Syrien, ab nach Afghanistan. Fertig aus. Wir sagen, ja, nein, wegen Menschenrechte können wir nicht nach Afghanistan abschieben, nicht nach Syrien abschieben. Die Taliban werden ihre eigenen Leute da auch nicht umbringen. Und es ist letztlich ihr Problem. Es sind ihre Leute, es sind Afghanen aus ihrem System. Ja, wir haben Assad unbedingt weghaben wollen. Wir haben versucht, Regime-Change in Syrien zu unterstützen. Wir haben alle möglichen Terroristen dort politisch und finanziell und militärisch unterstützt. Hat nicht geklappt, dann müssen wir hingehen zu Bashar al-Assad und sagen, tut mir leid, wir haben es nicht geschafft. Unser Regime-Change ist fehlgeschlagen, aber könntest du bitte deine Schwellkriminellen bitte zurückholen? Die machen uns nämlich wirklich ernsthafte Probleme. So, und da muss man irgendwas verhandeln, damit eben so ein Abkommen gemacht wird, damit man Leute auch wieder abschieben kann. Denn Abschiebung zurück in die Länder, das hätte wirklich eine Wirkung. Das hätte eine abschreckende Wirkung. Wenn man ein paar von denen abschiebt und zwar deutlich und dann klar wird, oh, Deutschland meins ernst, dann werden die beim nächsten Silvester nämlich nicht mehr mit Raketen auf Notärzte und auf Feuerwehr schießen. Das kann ich euch absolut garantieren. Die andere Seite davon ist natürlich, dass Deutschland auch in dieser Hinsicht versagt hat. Nicht nur in der Hinsicht von Integration, sondern auch in Hinsicht von Kriminalisierung. Wie viele Muslime, die wirklich sehr gut integriert sind oder sogar Deutsche sind oder deutsche Vorfahren haben wie ich, werden immer wieder vom deutschen Staat kriminalisiert. Sie werden kriminalisiert, sie werden vom Verfassungsschutz beobachtet, als Extremisten gebrandmarkt. Obwohl genau diese Muslime, die sind, die noch den größten Einfluss auf solche Leute haben könnten und die sie zurückhalten könnten und die sie vernünftige Wege leiten könnten. Aber die werden dann angegriffen und die müssen sich dann damit beschäftigen, dass der Staat sie permanent versucht zu kriminalisieren und ihnen alle möglichen Sachen anzuhängen. Während der Staat solche Leute, die kein Muslim in Deutschland haben will, massenhaft reingeholt hat und sich jetzt mit diesen Problemen rumschlagen darf. Also in jeglicher Weise ein unfähiger Staat und ich sage ganz klar, diese Leute macht ihnen klare Angebote und die wenigen, die es dann noch übrig sind, die immer noch K.U. sind, die Kriminelle sind, die eine große Gefährdung haben, lasst die Taliban und Assad sich darum kümmern. Das ist nicht unser Problem. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.